So da, und willkommen zurück zu Kassek 3, dem Scheißspiel von Piranha Bytes von 2006. Das wir hoffentlich bald mal durch haben, damit wir dann endlich mit Weisen anfangen können, was bestimmt auch nicht viel besser ist. Äh, ja. Mir wurde schon angekündigt, ich kann auch viel über das besondere Frauenbild von Piranha Bytes lernen. Haben die keine Grafikerinnen? Äh, ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Burasul angekommen, da vorne ist übrigens auch noch eine Festung. Achso, die Festung da vorne ist bestimmt in Burasul, wir sind ja nicht in Burasul. Aber wir haben wieder tanzende Frauen. Das andere, das linke Outfit sieht, glaube ich, besser als das grüne, obwohl das rechte für die wahrscheinlich für die Büste besser ist. Selbstverständlich kann ich mit denen hier auch wieder nicht reden. Die liebliche Jasmin und Alima. Äh, ja. Mit dem Kind kannst du auch Bierflaschen eröffnen. Kann man mit der reden? Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Ja, äh, Babuschka, ist alles gut? Aber meinst du nicht? Du bist hier in falschen Land. Hm, welch ein gutaussehender Mann. Bist du ein Händler aus Burasul? Ähm, nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Alter, du... Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Die wirken ja wenig eindimensional, die guten Frauen hier. Karawanhändler. Zeig mir deine Ware. Er hat immerhin 21.000 Gold bei, das heißt, ich kann ihm wahrscheinlich durch ein Mist hier anwählen und drehen. Was ist das denn eigentlich für ein Fell? Feuerwaranfell, das kann weg. Waranleder. Ach ja, die glauben ja an Belia, habe ich schon mal was vergessen. Klauen, Minecrawler-Werkzeug, Sandcrawler-Werkzeug. Das Minecrawler-Werkzeug ist auffällig genauso viel wert wie das Sandcrawler-Werkzeug. Waranzunge. Ich habe 110er, ganz ohne Zweifel. Das ist ja schön. Ich habe eine Hake und ich habe... Ich glaube, ich brauche Schaufeln nicht, oder? Ein Schmiedehammer, ich habe eine Säge, ich habe einen Schuhhaken, ich habe eine Pfanne, ich habe Pfeife. Ich habe 13 Erzrohrlinge, die sind im Einkauf, sind die 25.000 wert. Die erste, die brauche ich bestimmt nie wieder, oder? Ja, das kann ja... Guck mal hier, Schutz vor Eis. Trotzdem das dem 1.000 wert, der ganze Spaß, oder? Ich bräuchte mal wieder so einen Schmiedestein. Ich sehe gerade, ich habe ja noch jede Menge Waffen, die ich auf jeden Fall veräußern kann. Ja, ich hasse das auch. Schrecklich, sage ich euch. Ich glaube, die... Begabte Assassine... Was genau machen die Frauen hier eigentlich? Also ich meine, sie tanzen hier irgendwie in der... Also die tanzen so lange, bis sie einen Mann gefunden haben, den sie heiraten können, aber irgendwie... Das ist... Also die sind Sklaven, höre ich da jetzt raus. Ich meine, das ist ja auch klar, die Assassinen sind der Sklavenjäger. Das würde zumindest erklären, wo die hier herkommen, wo die jetzt nicht so aussehen, als wenn die hier in der Wüste wohnen. Obwohl sich natürlich so ein bisschen die Frage stellt, wo sind die Frauen der Assassinen? Wo müssen die ja mal sein, oder? Die werden die ja wahrscheinlich nicht irgendwo in den zentralen Ort verwalten. Sehr vorsichtig. An sich sind übrigens diese Dialoge, die im Hintergrund so dieses Gerede. Das ist ja eigentlich ziemlich innovativ, ne? Murat! Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Äh... Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Ich kann die kaufen? Ach guck mal, Jasmin kann man bestimmt nicht kaufen. Ich möchte Jasmin kaufen. Jasmin ist die schönste Tänzerin, die du in diesen Lampen finden kannst, Fremder. Sie ist etwas ganz Besonderes und ist mit Gold nicht zu bezahlen. Komm wieder, wenn du mir ein Angebot machen kannst, was ihrer würdig ist. Ersthändler. Also ich könnte Alima kaufen, aber ich weiß nicht, was ich mit Alima dann mache. Also wir warten mal die mal ab, bevor ich irgendwelche Leute kaufe. Die hab ich dann ja auch am Haken, ne? Hm. Das ist ja Karawanhändler, ist auch Sklave. Ist das hier so eine Sklavengesellschaft? Wo einfach jeder Sklave ist? Was den Begriff so ein bisschen als Absurdum führt, ne? Okay, ich renn mal wieder zurück nach Benirei. Das kann ja nicht so weit sein, oder? Wir müssen einfach nur diese Richtung gar nicht weiten, haben wir es denn. Reisen ist der Ladesklin-Simulator. Ich, ähm, wie groß ist denn Reisen? Ich habe gerade eine wahnwitzige Idee. Das könnte sogar klappen. Ach, Scheiße. Ja, die werden wir jetzt angreifen müssen. Och, das ist gleich eine ganze Herde. Und zwar folgendes. Wenn Reisen irgendwie so nur 10 oder 20 Gigabyte groß ist, könnte ich folgendes tun. Ich könnte am Anfang meines Streams eine RAM-Disk hochfahren. Und das komplette Spiel in eine RAM-Disk laden. Die RAM-Disk wäre dann so in den Faktor 20 schneller als die SS, als die SS, als die SS, auf die die Spiele, die ich jetzt play, normalerweise eh liegen. Oh, das ist ein Vorlog. Auf jeden Fall geil. Das ruckelt doch so ein bisschen hier, ne? Also ein bisschen ist das... Alter, ich hatte das Vorlog. Ich bin ganz schnell vor allem, das ist, das ist, meine, meine, meine gut getestete Taktik, zu rennen und den dann Pfeil in den Kopf zu hauen, passt auch nicht. Oh, ich hab nicht zuvor den einen Sandfaller getroffen, der tatsächlich wirklich HP hatte. Dass ihr auch keine Möglichkeit habt, den ihre... Decken zu brechen. Die Frage ist natürlich... Könnte ich endlich mal was mit meinem RAM machen? Der RAM-Disk ist eigentlich eine gute Idee. Also das ist, ähm, das ist so die, die Ultima Ratio. Weißt du, wenn du halt so irgendwas hast, was total langsam läuft und du hast halt die Schnauze voll, dann haust du das alles in den RAM rein. Das ist so zum Beispiel wie SAP... Warum fallen die Minecrawler-Tangen denn ab? Ähm, wenn du zum Beispiel deine Software SAP heißt und du möchtest, dass du das um wieder an der Datenbank ist zu langsam und du bist aber zu geizig oder bist nicht bereit, deine Datenbanksoftware vernünftig zu programmieren, dann haust du halt deine komplette Datenbank, so wie sie ist, dein Suchindex und so Zeug, haust du halt einfach so, wie es ist, in den RAM rein. Also wir reden jetzt von Server-Ram, die haben so ein bisschen mehr. Ach guck mal, ich brauch doch meine Schaufel. Sag jetzt bitte nicht, das hätte schon überall funktioniert. Sieh mal einer an. Das ist nicht euer Ernst. Ey, dann, wie viele Gräbern bin ich bitte vorbeigerannt? Oh ne, ich ahne das Schlimmste ist. Ähm, ja, wenn du halt deine Software irgendwie zu langsam bist und du willst halt nichts machen, dann haust du halt alles in den RAM rein und dann geht das wieder. Reisen zu 1 sind die Anforderungen 2,5 GB. Die Anforderungen oder das, äh, dass du wie viel RAM du haben sollst? Also ich habe, ich habe in einem Anfall von Wahnsinn, hab, wo steht hier ein Wasserfass? Man kann sich an Wasserfassern übrigens heilen. Ist das großartig? Ich habe einen Zuschauer, der nur das gemacht hat, der nicht wusste, dass man sich einfach hinsetzen könnte. Es gab schon einige Orte, wo du buddeln konntest. Aber gut, dass ich das jetzt auch erfahre. Bonus-Punkte, wenn ich Enter-Karl töte, bevor er da ist. Da! So. Da! Ich muss eigentlich mal ein Schild. Da! 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 Oh! Da haben wir es wieder. Die beiden waren gerade wieder wunderschön so sequenziert, dass da halt alle, dass da alle hintereinander an die gerissen haben. Das ist halt genau das, was du nicht willst. Da! 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 Du willst halt, dass die Wände dann am besten alle gleichzeitig angreifen. So, dass du halt reinhauen kannst. Oh! Da! Oh! Da! 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 Ja. Auf jeden Fall, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn die Lad- Wenn die Lad-Seiten wirklich aufzönen sind, selbst von der SSD, wäre das noch so der letzte Schritt, den man machen kann. Ich habe zwar noch nie ein RAM-Disk unter Windows gebaut, aber das geht bestimmt ganz einfach. Ja, das ist... Ich habe mich mit Risen noch nicht beschäftigt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe noch nicht geguckt, ob es noch welche tollen Patches gibt, irgendwie HD-Zeuche oder so. Aber da gibt es bestimmt was. Weil so wie es aussieht, haben die Piranha-Bytes-Menschen ja irgendwie dafür gesorgt, dass sie trotz, ja, Verfehlungen eine große Fanbase haben, die irgendwie sich um so Dinge kümmern. Oh, mein Handy sagt mir jetzt, dass es um 1.30 Uhr sterben wird. Ah. Ich bin heute mit Skype-Anruf und Pokémon Go durch die Gegend gelaufen, weil ich noch was machen wollte. Das war nicht gut für meinen Akku. Fertig spazieren. Eine Verfehlung, das ist gut, ne? Das ist für ihre Verfehlung. Ähm, ja. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es für Risen auch Patchen gibt. Wir müssen erstmal Gothic 3 durchspielen, das kann noch ein bisschen dauern. Aber gut, dass wir mit Alex angefangen haben. Da wissen wir, wie es schon mal im Vorfeld ist, dass es nicht besser wird, egal was passiert. Ist das sehr charmant? Achso, gesagt. So, ich kenne Dark Souls. Ja, das ist das Kampfsystem. Ich will mal ehrlich sein, das ist das Kampfsystem von Gothic 1 und 2, aber irgendwie besser, ne? Also, jetzt habe ich in Alex nicht versucht, im Akku unterwegs zu sein. Also, nie, glaube ich. Aber das hier hätte schon mal irgendwann auffallen müssen, dass es ziemlich dumm ist. Guck mal, da ist noch so ein Ort zum Graben. Das ist das Kampfsystem in Gothic 2 war ja irgendwie, du musst halt genug Damage haben, bevor die Gegner dich umhauen. Also, wie immer eigentlich. Aber, und hier ist jetzt irgendwie... Du musst halt irgendwie Glück haben, dass du die Gegner KI richtig erwischt. Sodass du sie gut, gut umhauen kannst und dass sie dich umhauen. Da hinten sitzt noch ein Wassermagier, oder? Was haben wir denn da? Goldbrocken. Oder? Ja doch, Goldbrocken, in der Tat. Diese Gräber sind wie ganz schön ertragnisreich. So, ich ziehe mal hier mein... mein Kostüm aus. Mein Kostüm ausziehen sei nicht mal der sicherste Variante. Was macht der denn hier? Achso, ich... Ach, ich bin im Kampfmodus drin und ich hab keine Waffe. Warum mach ich wieder nicht? Oh, jawohl. Ich hab einen Ausdauertrank getrunken, weil ich mich verflickt hab. Ähm... Die Deutschen zwingen das ein Studio seit 15 Jahren Gothic 2 zu programmieren. Achso, sie zwingen das ein Studio. Yusuf und Kruz. Der sieht aus wie ein Paladin. Diese verfluchte Wüste macht mich noch fix und fertig. Äh... Was ist passiert? Nicht genug, dass es hier verdammt heiß ist. Man muss sich auch noch mit diesem Viehzeug herumärgern. Ich hatte einen Lagerplatz, drüben im Norden. Eines Nachts kamen die Suncrawler und haben mich fast erledigt. Eins von den Biestern hat dann zu guter Letzt noch meinen ganzen Kram gefressen. Gefressen! Verstehst du? Aber ich habe dem Mistvieh ordentlich eins verpasst, bevor ich geflohen bin. Der Suncrawler sollte noch derbe verwundet sein. Naja, alleine geh ich da jedenfalls nicht mehr hin. Das ist die Hölle, sag ich dir. Wieso denn ein ordentliches, richtiges Klassik 4 bekommen und ein gutes Klassik 1 bis 2 Remake? Ja, das Remake lässt nicht verwuten, dass es gut wird. Was macht ein Paladin in diesem Land? Ich bin auf einer heiligen Mission. Die Feuermagier gaben mir den Auftrag, nach den Feuerkelchen zu suchen. Tja, und ich habe einen gefunden. Das war nicht leicht, das kannst du mir glauben. Und jetzt ist der Kelche im Bauch dieses Suncrawlers aus der Hölle und wandert lustig durch die Wüste. Ja, das ist natürlich außerordentlich ärgerlich. Lass uns deinen verwundeten Suncrawler suchen. Ich brauche das Mistvieh nicht zu suchen. Ich weiß genau, wo es ist. Folge mir. Jetzt wird abgerechnet. Ja, warte mal, ich muss hier aber noch die... Ich muss noch mit Jusuf reden. Herr Fremder, hast du Wasser? Hab ich. Hier, trink mal einen Schluck. Danke, Mann. Das tut gut. Ähm, aber... Achso, Piranha Bytes Remake von Gothic 1. Ja, aber das ist das Gothic Remake, was jetzt da irgendwie mal an der Mache war. Das ist ja nicht von Piranha Bytes, oder? Also, ich verstehe auch nicht so richtig, wie Piranha Bytes sich das... Also, wieso die immer wieder die gleichen Fehler in Spielen machen. Ich meine, haben die da irgendwo so einen älteren Programmierer stehen, der halt... Von denen sie sich nicht trennen wollen, aber der halt über den gleichen Scheiß baut? Ich meine, irgendwie muss das doch auffallen, oder? Er liegt zwar noch ein anderes... Nee, er liegt zwar noch gleich direkt vom Piranha. Das dachte ich war... Ich bin nicht best informiert. Ich kann nur vermuten. Was machst du hier draußen? Bist du ein entlaufender Sklave? Tja, lässt sie schlecht verbergen. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Es gibt bestimmt etwas, was ich dir geben kann. Aber bitte lass mich gehen. Achso, das Remake, ja. Das war schwarz. Was hast du mir zu sagen? Jeder ist hinter mir her. Ich habe die Schlüssel zum Tempel von Morazul geklaut und habe sie an einflussreiche Leute verkauft. Doch bevor ich den letzten verkaufen konnte, musste ich abhauen. Aha. Wem hast du die Tempelschlüssel in Morazul verkauft? Ich hatte vier Schlüssel. Der Söldner Kirk hat viel Gold für einen der Schlüssel bezahlt. Einen habe ich an Ilja verkauft und den dritten an den Bosterstadt, Gonzales. Sieh mal einer an. Gonzales. Ilja. Söldner Kirk. Und Gonzales. Demnach hast du noch einen Tempelschlüssel. Gib ihn mir. Na schön. Ich hoffe nur, du lässt mich am Leben. Ich ahne, was du vorhast. Du willst den Tempel öffnen. Lass dir gesagt sein, ein Fluch liegt über diesem Tempel. Ach ja? Der alte Messia hat mich gewarnt. Er sagte, großes Unheil wird über uns kommen, wenn der Tempel geöffnet wird. Na, wie gut, dass ich nicht zum Gesagst hier gehöre. Du hast vier Tempelschlüssel. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele es von ihnen gibt. Aber wenn es mehr als vier sind, dann sind die restlichen sicher immer noch irgendwo beim Tempel von Morazul. Verstehe. Verstehe. Was kostet sich hier? Fand ich am besten, Mäste zu sein. Ist es so? Ich dachte, Arcania wird allgemein gehasst von allen Leuten, die irgendwie daran beteiligt sind. Kostet sich hier mal ein anderes Studio. Ich kann mich... Hab ich das jemals mal? Ich habe nur ein paar Screenshots gesehen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Dieses Standtapel kann einfach gar nichts. Schön, dass es so ein Bett mit in der Wüste steht. Du wolltest nur Trigger. Achso. Wird sein können, dass es wirklich qualitativ hochwertig war. Dass die Leute das Genie dieses Teils einfach nicht verstanden haben. Kacktusblöde. Aber wie gab es das? Das rechte Management hatten wir schon mal über das X2 besprochen, oder? Aber ich raste jetzt auf jeden Fall mal bis zum nächsten Morgen. Das wird nämlich, glaube ich, gerade günst... Ähm... Nacht und... Na, Wüste ist meistens kalt, wenn es nachts ist. Und das möchte ich nicht. Der Typ rennt ja hoffentlich nicht weiter, nö. Ich meine schon, ob er die ganze Sandcrawler-Geschichte hat, wie er es überlebt. Das ist kein Gespräch mit dir, oder? Ja, siehst du? Ich hol das... Dann kannst du auch nachholen. Mach ich auch gerade. Geht super. Aber wo sind sie denn jetzt hier, diese Sandcrawler? Ach, wir rennen gerade schon wieder auf Kurs. Hm. Ich wollte aber eigentlich nach Benni-Rei. Ich weiß doch nicht, was ich noch in Benni-Rei eigentlich wollte. Aber jetzt kann es nicht mal sein. Meine... Wenn das hier jetzt so... So 5% der Wüste wären, was wir jetzt gerade so gesehen am Horizont. Aber hier... Hier kommt gerade so ein bisschen Wüstenstimmung auf. Wenn du hier die Berge in der Hintergrund nicht siehst, sondern wirklich nur das hier. Ah, da hinten sind auch Berge. Also hier so die Perspektive, dass das hier kommt so ein bisschen Wüstenstimmung auf, auch nur, wenn ich direkt da wollte. Hier geht dann so ein Sandcrawler. Das sehe ich. Das wäre erledigt. Zumindest schon mal einer weniger. Ach, verdammt. Hier ist der Lager aufgefahren. Wir hoffen, dass die Sandcrawler totkriegen, bevor sie sich umdrehen. Ich hätte es nur ungern, dass das Kurs stirbt. Ich weiß auch nicht, wie die Luft die da hat. Ein Crawler könnte nie... Geht schon wieder gut los. Ich kann den anderen Crawler aber nicht angreifen. Weil der, der vor mir steht, hat Block. Nö, das ging jetzt. Heißt der ein Sandcrawler irgendwie anders? Nö. Na gut, das, äh, lief ja. Oder Fuß noch weiterziehen. Der kommentiert auch Yusuf nicht, der bei ihm war, ne? So, und jetzt? Guck dir das an. Hier ist mein alter Lagerplatz. Dein verwundeter Sandcrawler ist erledigt. Gut so. Dieses Mistvieh war von Bilja selbst besessen. Glaub mir. Was ist jetzt mit deinem Feuer, Kelch? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Schneide den Sandcrawler auf und hol das Ding aus ihm heraus. Dann bringst du den verdammten Kelch zu den Feuermagiern nach Nordmar. Ich werde hier weitersuchen, ob ich doch noch mehr finde. Na ja, sicherlich. Ich fahre gerne mal irgendwie so 1000 Meilen im Norden. Weil eigentlich müsste es ja wirklich sehr weit sein, ne? So, habe ich den jetzt schon? Ach, ne. Verwundeter Weinkohler. Ach, ja. Feuerkelch. Der kann das ja mit Innersten wohl verzählen. Ja, ja, schön. 10 von 12. Also wir kommen der Sache näher. Wir haben bald alle. Ich habe übrigens gerade meine Rüstung gar nicht getragen. So. Wir wollen nach da. Oh ja, die Feuerkelch sind immer mehr, ne? Ah, ein Gothic 4 gibt es nicht. Das ist ein Fake. Ja. Bestimmt. Eigentlich eigentlich auch beachtlich, oder? Obwohl, ich wollte gerade argumentieren, dass das halt jeder Gothic-Teil immer schlechter geworden ist. Aber das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich war Gothic 2 war eigentlich sehr solide und war eine gute Fortsetzung. Vor allem, wenn man bedenkt, wann das war. Ich meine, aus heutiger Sicht natürlich hoffnungslos veraltet in vielen Aspekten. Aber seinerzeit bestimmt wegweisend, oder? Also ich kann mich halt nur wirklich an Gothic 1 erinnern, wo es neu war. Weil ich, ich weiß noch, wie mein Vater halt rumgerannt ist. Das war, also ein bisschen zu meiner persönlichen Geschichte war, dass das halt, das war kurz nachdem sich meine Eltern getrennt hatten damals. Und da war, da war ich dann halt, äh, war dann nur auf ein paar Wochenende. Ich weiß noch, wie er irgendwann im Sommer hatte das gespielt. Das war irgendwie Gewitter. Oder kurz vor Gewitter. Auf jeden Fall war es halt irgendwie regnerisch. Mitten im Sommer, es war halt warmer Tag. Es gab Eis. Ich muss mich noch auf das Eis erinnern. Und dann hat er halt irgendwie Gothic abends gespielt. Oder so, so am Nachmittag, wo es halt draußen gerade geregnet hat. Und das ist halt gerade rumgerannt. Und ich meine, das war halt die Stelle so Richtung Sumpflager. Wo er dann sich halt von, den wir auch immer einen nach zum Sumpflager führte, hat führen lassen. Damals. Und die, an die Zähne kann ich mich irgendwie noch erinnern. Und dann meinte er, ich atme zu laut und nicht so weggehen, dass ich nicht von hinten hinkofe. Kann aber es heute nicht leiden, dass irgendjemand hinter ihm steht und atmet. Ha, good times.